Die Castle Hill Pipers auf der 79th District melden sich gemäß der Einladung der Wetterhexen von Freiburg rechtzeitig zum Appell zur Cold Water Challenge. Wir nominieren nach Ende des Filmes, damit alle den Film bis zu Ende ansehen. Des Weiteren haben wir uns entschlossen, das Geld diesmal nicht an die ALS-Stiftung zu stiften, sondern wir beabsichtigen das Geld an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg zu spenden. Auch diese soziale Einrichtung braucht dringend Unterstützung und nachdem ALS bereits 100 Millionen mit dieser Aktion eingenommen hat, wäre es an der Zeit, auch anderen einmal etwas Gutes zu tun. Ich melde mich somit ab zur Cold Water Challenge der Castle Hill Pipers auf der 79th District. Okay! Okay! Oh, 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 oh. Untertitelung. BR 2018 Herrlich, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und das Schönste ist, ich habe nicht einmal einen Eimer abgekriegt. Geil. Ja, und wen nominieren wir jetzt eigentlich? Also ich wäre für Transegarde. Für die Geschäftsleitung der BNZ. Und der Dritte entschenken wir uns. Und wir wünschen uns natürlich, dass ihr auch alle fleißig weiterspendet. Ihr könnt, wie gesagt, auch unseren Weg einschlagen. Und mal zum Beispiel für den Förderverein der Krebskrankenkinder in Freiburg was spendet. Die können es auch brauchen. Das überlassen wir euch. Hauptsache für einen guten Zweck. Dann macht das alles auch Sinn. Wir bedanken uns, die Castle Hill Pipers auf der 79th District. Tschüss! 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 Vielen Dank. Vielen Dank.